Boxen auf und der Start für den großen Allianzpreis von Bayern ist erfolgt. Das Feld ist auf der Reise und India hat das Kommando. India galoppiert an der Spitze, da ist gar kein Tempo da. Dahinter Junko, da steht Bourgeoisie auf der Bremse, also stehen alle auf der Bremse. India war vorne, Junko an der Außenseite, dahinter dann Assistent und Best of Lips. Junko ist jetzt notgedrungen an die Spitze gegangen. Das war anscheinend wirklich auch nicht das, was sich Bourgeoisie eigentlich geplant hatte, aber der ist vorne mit Junko, dahinter Assistent als Zweiter, India als Dritte und am Ende fährt es Best of Lips und das ist wirklich ein Gänsemarsch, in dem es hier an den Tribünen vorbeigeht. Junko und Bourgeoisie muss dabei, also mit dem Kommando und führt das Feld jetzt in den ersten Bogen hinein, dahinter Assistent, dann India und dann Best of Lips. Jetzt lässt der Junko etwas vom Zügel, jetzt gibt es da vorne etwas freiere Fahrt. Junko also mit dem Kommando durch den Riemerbogen hindurch, vor Assistent, vor India und vor Best of Lips und so geht es in die Gegenseite hinein. Das Tempo aber nach wie vor doch noch gedrosselt. Junko an der Spitze, dahinter Assistent, Assistent, India und Best of Lips und da wird es jetzt auch nicht allzu viel Veränderungen der Positionen geben bis zum Erreichen der Zielgeraden, davon gehe ich mal aus. Junko macht das Tempo vorne, das nach wie vor wirklich nicht allzu hoch ist, dahinter Assistent, India und Best of Lips und das sieht dann natürlich alles so ein bisschen nach einem Sprint aus in der Zielgeraden. Ende der Gegenseite ist erreicht, Junko vorne und verändert Assistent dahinter, India und Best of Lips lauert am Ende des Feldes auf seine Chance. Das Feld ist im langgezogenen Schlussbogen. Junko mit Bursan Musabaev an der Spitze, dahinter Assistent in zweiter Position, dann India, dann Best of Lips. Am Scheitelpunkt des Schlussbogens vorbei und jetzt macht Bursan vorne ein bisschen Dampf auf. Jetzt gibt es mehr Tempo. Junko ist vorne, Assistent, India und Best of Lips und jetzt geht es in die Zielgeraden. Noch 550 Meter, Junko mit dem Kommando, sofort ist Assistent da. India, Best of Lips, alle stellen sich an, aber vorne ist Junko in den Wertheimer-Form mit Bursan Musabaev. Vorne, Assistent versucht es, jetzt kommt aber India, die macht einen bärenstarken Eindruck, aber Junko marschiert. Junko weiterhin vorne, vor India und vor Assistent, der kann da nichts mehr dagegen halten. Junko an der Spitze, India an der Außenseite, aber Junko ist vorne, Junko mit India, jetzt kommt Assistent wieder. Junko auf den letzten 100 Metern vor Assistent, India muss passen, vorne ist Junko und der Gewinn Startziel, den großen Allianz-Preis von Bayern vor Assistent, vor India und vor Best of Lips, denn die vom letzten Platz wegkamen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020